Hallo Leute, ich bin's wieder und ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet, ein paar Nebenmissionen gemacht und so, ein paar Sachen rausgeschnitten, die ja nicht so interessant sind, was ja, wie gesagt, bei mir auch nur ums eine geht, wir starten direkt vom Rekrutierungszimmer bei der Mission von Karris. Ach, muss ich erst mit Arme erregnen. Nein, jetzt nicht. Ich bin, du und die Rekrutierung. Ich bin eine Team zusammen. Das ist, dass du ihn anstehen kannst. Nur, wie ist das? Das ist unsere Weg. Sie sind für einen öffentlichen Platz für Rekrutierung. Sie sehen, ob du immer noch so wie die Rekrutierung fühlst. Sie sind immer noch Zeit. Aria hat Arbeit für dich. Ich höre, dass du Rekrutier bist. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich bin jetzt, ich bin ein großer Rekrutier. Dann werden wir später. Das macht dich ein Mitglied von der Blühe Sonne, der Eclipse der Blut. Any questions? Wo sind wir? Einfach nach dem Transport Depot, außer dem Club. Ein von unseren Jägen wird dich von da. Sign in die nächste Woche. Hey, ist das wo ich aufrufen? Das ist es, aber es ist kein Spiel, kid. Ich bin auf Omega. Ich weiß, wie ein Schmuck. Du musst mehr wissen, wenn du überleben willst. Ich kann mich selbst. Ich habe nur 50 kredits auf diese Pistole, und ich will es benutzen. Wenn du sicher bist, die Registration ist hier. Gut, ich brauche es. Perfect, danke. Es ist zu viel. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das ist eine gute Arbeit. Omega, was ein Pisshole. At least, es hält dich auf deine Beine. Ich habe hier zu kommen für Business vorher. Ich fühle mich, dass ich eine Zauber nachher habe. In addition zu normalen Decontamination. Ich bin auf die Mission. Ich hoffe, du bist bereit. Archangel hat sich die Freelancen annihieren. Ready, wenn du bist. Dann. Warum muss man das immer wieder neu ausstellen? Man könnte nicht die Lasten, die man hat. Hm. Hm. Tja, jetzt nehme ich mich danach. Neh, ich nehme meinen Granateloncher. Das ging diesem Flieger ja ziemlich gut. Es ist über Zeit, dass sie mich jemanden senden, der sieht, wie sie eigentlich kämpfen können. Du best. Ich bin bereit, zu gehen. Ist er mit dir? Ich bin auf mein eigen. Ich bin nicht mehr Hilfe. Ich bin einfach, sag mir, woher zu gehen. Genau. Ich bin einfach, dass du da bist. Ich bin auf deinem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Sie sagen, was wir gegen uns gegen uns? Just sag uns, woher zu gehen. Archangel ist in einem Gebäude, an der Ende des Blöckes. Er hat einen Peer, aber er wird sich schmerzt. Er machte mich. Ich bin auf ihn. Ich bin auf deinem. Ich bin auf deinem. Ich bin auf deinem. Ich bin auf den Weg. Ich bin auf der Ende des Blöckes. Ich bin auf deinem. Aber du sehen kannst du es nicht zu haben. Doch. Es geht zur Blöckes weil wir auf den 3. Und nach der dritte Blöckes. Hier geht mit einem Sgt. Katka. Er wird sagen, wann sollen sie alm suppose mit ihr. Ich bin auf ihn mit ihr. Ich bin auf sie zu finden. Wo ist die Tür? Die war doch hier, oder? Tür, hallo! Wo bist du? Jetzt habe ich wieder eine Ruckelhorge Hallo Tür, wo bist du denn? Ich war doch eben hier Ach da! Wenn ich das schon muss, muss man jetzt nicht einmal reden Hier kann ich mal nicht polieren Drei Es geht Drei Drei Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Muss nicht sein Äh, wo geht's hier wieder raus? Ah Autsch Wir sind gerade schon wieder so ein paar kleine Ruckler, die kommen an der Location Hoffentlich nicht zu störend Oh, what's this? I'm looking for Sergeant Kafka You and me both, lady He's over there working on the gunship We go over the bridge when he gives the word Why haven't you talked to him? Because I'm not stupid There's a soul What do you want, friend? I don't want excuses Tell Kafka to get that gunship running Or if you've been next over that bridge And somebody get me those damn blueprints You must be the group Salki mentioned You're just in time Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us a signal Archangel won't know what hid him Got any questions? This may be your last chance Are you leading the assault? Ha! Tarik doesn't pay me to fight I just plan the attacks and fix the damn gunship You freelancers get the privilege of me Check Bravo team! Go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him But that means no more waiting for me Gotta get her back to 100% before Tarik decides he needs her again You're working too hard Archeangel is in trouble Not much time Well, let's not wait around too long Come on We'll give these guys a surprise of our own Headed for combat I'll shoot Ah, no I'll shoot I'll shoot And I'll shoot Switching sidearms Hello, here we are, we're shooting at you Today is a star I'm shooting Oh, I'm shooting I'm shooting Oh Again I'm shooting I don't know what's happening with the game I'm shooting Are you lost, me? Come on That's how my I did I'm sorry Oh, okay. This might be useful. I'll talk to you. On our right. Oh. No shot. Ich dachte, ich war schrecklich, thank you. Okay, jetzt zwei Minuten noch. Beide euch, sonst könnt ihr schaffen. Ich dachte, du bist tot. Was sind hier? Schön, zu sehen dich, auch. Ich bin nur froh, zu sehen dich. Du und ich, beide. Aber es ist gut, zu sehen einen Freund, zu sehen. Die Böden ist ein schweres Werk. Es ist auf meine eigene. Wir sind hier, aber ich glaube, dass wir nicht so leicht werden. Nein, es wird nicht. Diese Brücke hat mir geholfen, von den ganzen Wittes-Idiaten in die Schöne. Aber es funktioniert beide Fälle. Sie werden uns schlafen, wenn wir rauskommen. Also, wir sitzen hier und warten, um sie zu nehmen? Es ist nicht so schlecht. Dieses Ort hat sie so weit entfernt. Und, mit drei von euch. Ich sage, wir halten diese Location. Warten für einen Schraub in ihren Gefahren. Wir nehmen unsere Chancen. Es ist nicht ein perfektes Plan. Aber es ist ein Plan. Ich mag nicht, zu schlafen. Zeit, um ein kleines Blut zu spüren. Ich bin glücklich, dass du dich nicht verändert hast. Mal schauen, was sie sind. Ich habe schon eine Minute noch ungefähr. Das muss man hier einen kleinen Schnitt machen.